Manege frei für die Grundschüler aus Zetel. In dieser Woche werden die Mädchen und Jungen der ersten bis vierten Klassen zu Akrobaten. Sie schnuppern Zirkusluft und proben fleißig unterhaltsame Nummern ein. Denn diese Woche ist der bekannte Mitmach-Zirkusrasch in Zetel zu Gast. Die Mitglieder der Zirkusfamilie haben das Zelt auf dem Markthamm aufgeschlagen. Vormittags wird geprobt, abends ab 18 Uhr sind die Vorstellungen. Der Eintritt ist frei und jeder ist willkommen.